Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Woche meines Pack Openings von den Squad Battle Rewards in FIFA 18. Wir befinden uns gerade in der Halbzeitpause vom Super Bowl und die Gelegenheit möchte ich natürlich jetzt nutzen und meine Packs noch schnell öffnen. Es ist jetzt 2.12 Uhr und ich gehe sowieso wieder nicht davon aus, dass ich irgendwas Gutes ziehe. Wir haben die Möglichkeit One-to-Watch-Karten zu ziehen, allerdings rechne ich damit überhaupt nicht. Elite 1 ist es mal wieder geworden und ja, heißt also wieder 2.35 K-Packs, dann das Jumbo Premium Gold Set, was wir von meiner Vorbesteller Ronaldo Edition bekommen. So, hier sehen wir das Ganze. Es ist jetzt interessant, also für Elite 1 musste man jetzt nicht mal mehr 78.000 Punkte holen. 77.950 oder so waren dafür erforderlich, also es werden von Woche zu Woche immer weniger. Auch Top 100 erreicht man mittlerweile mit 2.600 Punkten im Schnitt pro Spiel. Jetzt sehen wir aber hier das Team vom Burnley. Schauen wir uns mal an, das ist interessant. Ja, das ist die Tannenbaum-Aufstellung, die ich schon ein paar Mal ausprobiert habe und überhaupt nicht so wirklich damit klar gekommen bin. Aber ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Hier fehlt definitiv ein defensiver Spieler, also Modric ist dafür überhaupt nicht geeignet, also das ist einfach nur so, hier, so ein Conte, der passt da eher rein. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Ist nicht so, ja, ist halt so die typische Team-Aufstellung, also nicht das, was ein Pro-Spieler machen würde. Was haben wir als Gegner? Ja, direkt mal hier ein 89er-Team zum Anfang, aber nur mit einer 49er-Chemie. Komm, den schauen wir uns mal an, was der für ein Team hat. Äh, ja, alles klar. Harry Kane, Mbappé, James. Warum hat der so eine krass hohe Bewertung? Ah, okay, Maradona ist noch da, Neymar ist noch da, Hazard, De Bruyne. Ja, alles klar. Aber es ist halt auf der Ersatzbank, von daher sollte das schon passen. Na ja, gut, dann machen wir jetzt mal hier die Packs auf. Ich würde sagen, das Jumbo-Premium-Gold-Set wieder zum Schluss. Da hatte ich ja letzte Woche meinen Pack-Lack-Fluch besiegt. Da kam ja letzte Woche der gute alte Herr Bailey raus von Bayer Leverkusen. Deswegen das Pack, da glauben wir dran, das machen wir zum Schluss auf. Und ja, Megaset Nummer 1, schauen wir mal, was drin ist. Wenigstens bitte eine Leinwand, das wäre sehr, sehr schön. Och ja, genau. Hier, guckt euch den Schrott da an. Ein deutscher Spieler, ZDM. Alles klar, Julian Weigl, 81. Hat sich schon mal definitiv gelohnt. Oh, der Herr Batra ist da drin, hier. Gibt es ja gar nicht. Wird gar nicht großartig gucken. Also, ich werde die alle halt wieder in den Verein erstmal ablegen. Das hätte ich auch eigentlich da schon nehmen können. So, auch an den Verein. Was haben wir hier noch? RF zu RM. Das ist, ja. Keine Ahnung. Braucht man eigentlich alles gar nicht mehr hier? Das ist alles Ranz. So, nächstes. Und hier, das machen wir mal hier wieder mit der Nase auf. Hey, immerhin. Wenigstens eine Leinwand. 83. Yippie. Yay. Haben wir mal einen Spieler von Manchester United. Und dann ist das sowas. Matic. The Fritsch. The Fritsch. Oh, immerhin 3,83er Spieler. Das ist doch mal was. Wenigstens etwas. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich werde sowieso, mein Packlack ist für die Woche sowieso dahin. Weil ich hatte im 2-Spieler-Set von den Wochenzielen hatte ich einen Inform drin. Gab es mal einen Abschluss in Form, aber immerhin. Besser als nichts. Das haben wir hier noch. Lf zu Ls. Das ist definitiv was für den Transfermarkt. Das können wir dann alles abstoßen. So, und damit das letzte Pack der Woche. Mein Vorbesteller-Set. Schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Hat sich ja richtig gelohnt die Woche. Ach, geh mir weg. Ich dachte schon, Nuri Shahin. Yay. Läuft. Ja, aber eine weitere Woche zum Vergessen. Hey, yeah. Das Argentinien-Pack. Ja, Leute. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch deutlich mehr Packlack als ich hatte. Weil das war ja mal überhaupt nichts, was hier die Woche bei rauskam. Klar, 3,83er Spieler. Immerhin ein bisschen mehr Leinwandqualität als wir sonst haben. Aber trotzdem, das war... Das ist einfach enttäuschend, was dabei rauskommt. Wenn man mal sieht, was man da für eine... Gut, das ist jetzt nicht schwer für mich. Also das ist auf gar keinen Fall. Ich mache, wie gesagt, ich spiele sonntags überhaupt kein Spiel mehr. Aber trotzdem, was man da für eine Arbeit reinsteckt. Und dann kommt da sowas bei raus. Und nicht mal ein Spieler, der hier 2000 wahrscheinlich wert ist. Also, wie gesagt, ich wünsche euch viel mehr Packlack als ich hatte. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr gezogen habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, jede Woche gibt es ein neues Pack-Opening von den Squad Battle Rewards. Meistens dann eben, so, keine Ahnung, Montagfrüh, so gegen 5 Uhr müsst ihr das Video meistens haben. Weil ich es eben noch ein bisschen bearbeiten muss. Also wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal mal ein Abo hinterlassen würdet. Außerdem gibt es noch WWE 2K18, eigentlich hauptsächlich auf meinem Kanal. Jetzt gehen bald die Olympischen Spiele los. Dann wird es nochmal das Eishockey-Turnier in NHL 18 auf meinem Kanal geben. Ich weiß noch nicht, wie ich es so richtig umsetzen soll, weil NHL 18 eben nicht diesen Turniermodus bietet. Also muss ich da ein bisschen improvisieren. Gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Link unten in meiner Videobeschreibung nutzen würdet und mal vorbeischauen würdet. Genauso meine Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, alles dort unten verlinkt. Wenn ihr dort registriert, wäre es eine coole Aktion. Wenn ihr mir mal ein Like, ein Follow und ein Abo hinterlassen würdet. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.